Okay, Ladies and Gentlemen, wir kommen zu einer Band von 12 und 15, 10, 10, 10, 12 und 10 und ich habe vorhin mal so ein bisschen die Leute geobacht, die Jury, von Bravo, der stellvertretende Chefredakteur, der fand es gut und das ist schon mal eine hohe Auszeichnung, weil dieser junge Mann, der hat die letzten 20 Jahre schon viel gesehen und euch fand er richtig gut. Wollt ihr, wollt ihr, dass ich ein beat dazu mache? Ihr nehmt da sowas? Okay? Also, bitte antworten, bitte auch kein beatboxer, aber was man nicht kraft, kann man lernen. Ja? Ich kann auch beatboxen. Wo? Was? 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 oh Ganz ehrlich, wir haben noch ein bisschen Zeit und mit euch die Zeit zu vertreiben macht extrem viel Spaß. Ihr kommt auch noch. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr machen könnt, Breakdance, was auch immer ihr wollt? Gibt es eine Zeit? Was? Macht euch mal Beatbox. Ja. Jawoll! Ja, cool! Jetzt hören wir mal, was die richtige Beatbox ist. Ich kann es auch nicht. Ja, aber das, was ich da gemacht habe, das machst du mit Links. Er sagt, er ist Beatbox-Anfänger. Das bin ich auch. Aber du kannst mit Sicherheit noch in der Ecke besser. Leg einfach los. Kommt einfach los. Ja, mach. Willst du noch was machen, oder? Ja, doch. Okay. Das finde ich klar. Okay. Hammer. Hey, das war, das war. Allerhöchstens Niveau. Ich fand es Wahnsinn. Wenn ihr noch irgendwas macht, neul, macht es. Ansonsten hole ich mir mal einen Hans-Haus-Siegeber. Hey, danke! Ist gut? Okay. Dann geben die Jungs noch einen fänden Applaus. Ja, danke. 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 Vielen Dank.